In einer vernetzten Welt gibt es keine isolierten Akteure. Engmaschig verknüpfte Lieferketten umspannen den Planeten und ermöglichen internationale Innovations- und Wertschöpfungsprozesse. Die Entwicklung und Produktion von modernster Mikroelektronik erfordert den globalen Austausch von Know-how und grenzüberschreitende Kooperation bei Forschung und Fertigung. Egal ob Smartphone, Drohne oder selbstfahrendes Auto, hocheffiziente Mikroelektronik ist Grundlage und Impulsgeber von technologischem Fortschritt im 21. Jahrhundert. Die Vernetzung der Geräte und die verbaute Elektronik werden dabei immer umfangreicher und komplexer. Für den Nutzer ist die Funktionsweise kaum nachvollziehbar. Seine Devices sind bisher Blackboxes. Woher weiß ich, dass mein Gerät in den Bereichen Qualität, Transparenz und Sicherheit europäischen Standards und Werten genügt? Wie kann ich sicher sein, dass die elektronischen Bauteile im richtigen Moment das Richtige tun? Kann ich mich auf die Steuerungselektronik meines autonomen Fahrzeugs verlassen? Um diese Fragen zu beantworten und so Vertrauen in die Infrastruktur von morgen zu schaffen, haben führende deutsche Forschungsinstitute die Wellektronik-Plattform ins Leben gerufen. Die Kooperation zwischen der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland und dem EDA-Zentrum wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und hat es sich zum Ziel gesetzt, Sicherheitsstandards in Design, Fertigung und Analyse von Mikroelektronik zu etablieren. Als Partner von Industrie und Forschung kooperiert Wellektronik mit einem breiten Netzwerk an nationalen und internationalen Akteuren. Im konstanten Wissenstransfer werden Vertrauensstandards etabliert und durch elaborierte Prüfverfahren kontrolliert. So können europäische Qualitätsstandards auch in global vernetzten Lieferketten garantiert werden. Ein wichtiger Baustein der technologischen Souveränität in Europa. Der Grundstein für Vertrauen in Zukunftstechnologien. Vertrauenswürdige Elektronik sichert die nahtlose und fehlerfreie Funktion und Interaktion der unterschiedlichen Technologien und garantiert eine reibungslose und sichere Nutzung. Wellektronik schafft das Vertrauen, dass unsere Technologie tut, was sie tun soll. Und nur das. Wellektronik – Vertrauen ist besser.